so leute an ihr bei einer verspillten Runde liegt auf Penisse heute mit dem Riesenpenis Amumu und Raven der Ego ihr Megakrippel so eine PNC die Suchtkrippel sind wieder da in ihrem Schettlager und zum Muttschiff mit der Psyche ziemlich entkrüppelt so ich will ehrlich sein ich spiele das erste Mal am Umgebung Standort Standort Leila ich hab null A Willkommen in der Tiefsee hier ist Kamal P und mal sehen wie das Spiel ist jetzt sind der Koffer er hatte die NDR Tiefsee es dieses Jahr weiter und weiter nach schaden und dann jetzt heißt sie willkommen in der Tiefsee ja weil ich glaube ich hab mir so überlegt ich mach's fange mal so an hallo und herzlich willkommen in der Tiefsee heute bei einer Runde die Goplin mit Raven und ich nehme Kumpel dort sind ja die Liedelung wünschen die ja viel Gesundheit gottsegnet auf deinen ganzen Geistes wegen Geld und umtreten wird so dynamisch seine Äxte er hat auch gelten seine fette Axt weg ist diese sofort wieder da das macht ja keinen Sinn die Leute mal rein und wenn einer drin ist mach ich mal ein cooles auf dem Weg die Porte und Träten zerstörer er jetzt die mir die EPL und jetzt habe ich wahrscheinlich im Wurde ich überdacht ich locker ich brauche das ist zwar wenn ich keine Last ist wichtig dass das Spiegel ab 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 dicken was denkt was ich so alles brauche um die Frau und kürtend groß ist es nicht das ist ja auch nicht er das hat er schon das hat er wo wir schon der Milch Bubi ja wenn ich so wie der Alex meine Fresse hört auf ihr seid so unkultiviert sagt der Alex und lachte sag ich ja lachte Bumm so wie die Frist die macht mir zwei Teile weg voll hart ein Tank ist viel besser als ein Supporter auf der Botlane weil ein Support-Tank besser ein Supporter hält nämlich nix aus, wirklich nix da hast du recht ein Tank im Jungle ist nämlich ist auch ziemlich geil ja ich weiß, kommt dir so einer entgegen mit 5000 Leben ja und was ist das Arsch für die Rüstung noch Warteklimp, ich versuch sie gegen die Wand zu stoßen scheiße weckert sie, weckert sie, weckert sie, weckert sie, weckert sie jetzt krieg ich noch, du spielst du Ali ich spiel Ali, ja aber ich hab grad meinen Kugelfeld er spielt Ali Baba und die 7000 Hunden oder wie das heißt ich spiel Genghis Khan heute mal Genghis Khan ja weiter hoh weiter lalala lalala ls ey Alex komm ich komm ich mir mal kurz kurz es war ja mal bei Eurovision, es mir letztens oft gefallen echt ey Alex komm ich mal kurz Blue helfen Blue West warte warte wir pushen gerade ziemlich starkes Festblatt drin ich hab nämlich keine Yellow-Post mehr was klingst wenn ich da reingeh mein Kuh mach ich geh nicht rein, geh nicht rein die Baisen und die Baisen ja ne ich mach mein Kuh rein, bleib passiv, sobald ich den Baisen wir weggekommen sie haben wir Warte mal wir gucken mal kurz die komm jetzt wahrscheinlich Alter sobald eine back-aid haben wir freilane okay Moment ich geh mal kurz dem Shady Shady chat helfen ach das jetzt neun am Minecraft-Account ich ja nächstes Jahr ich hätte auch neun Minecraft-Account er wie sollst du mit dem Minecraft-Account-Ali ich hab keine Ahnung doch der heißt äh Klima äh Klimas hat einen kleinen Penis heißt das wie das geile Passwort von deinem alten Walter die die ist fast tot Hauptsache du hast es wirklich genommen jetzt musst du weg gehen Alex jetzt musst du weg weg Alex ich denk halt irgendwie man kriegt dadurch Geld wenn man die Axt einsammelt kriegt man dadurch Geld? ne ne aber ich denk es immer weil das auch so ein aufklimpern ist wie weils wird man Geld kriegen also die war schon die war schon fast am Arsch wo ist denn die Wein oh da kommt der gegnerische Amu die Wein war am Arsch Alex die Wein ist am Arsch die Wein ist am Arsch die Welt wissen die ich hab die kaputt gemacht hatte nur noch so einen halben minimalen Strich und den hat zu um praktisch weggekommen so ihr habt ja wie ich habe ich auch im Grunde er habe ich auch meinst du es macht den Last Hitmen Heine ja sorry die Flügel wir können auch da kommen oder ja komm warte wir bleiben hier drin die Welt zuerst denken haben sie noch zuerst das ich habe auch noch gar nicht zu können du hast ich nehme mir ich nehme du ich bin so glaube ich der Zweck einschlag die Zweck war gut im Grunde nicht kurz und ich glaube ich ein Geld kriegt ist meine Passiv was denn deine Passiv na da gibt es die Ordnung wie du das mit Schaden kritische Trefferwursachen 4 Sekunden lang zusätzlich schon mal Schaden dann musst du auf jeden Fall eine KDU und Phantom Tänzer kaufen ne ne wirbeln der Axt macht automatisch schon die Passiv an dann musst du auf jeden Fall aber hier eine KDU machen damit du mehr KDU und Phantom Tänzer damit du mehr Crit ist die doch automatisch Alter ich brauchte gar kein Crit wenn ich das durch diese Klinge da automatisch krieg das macht egal wie viel Crit ich hab das macht 100 Brot die Passiv Mann ey was ist das für ein Zett Zett oder Zett oder ist er warte 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 oh fuck die Wecke ich hab gepingt und der kommt nicht Schaffen mal schaffen mal Locker unterschätzt hat es dann schon dem Ah die Suchtkrippel werden wieder durchgekrippelt ey wollen wir neuen Channel machen Suchtkrippel ne Alter wie viele Tälle wollen wir noch mal alle der Schwimmel Schwab der hat Karl Malpeter hat mein mit GeForce hat mein mit GeForce hat jeder hat mein GeForce mit Ida das muss man sagt mein GeForce ist mein Music Channel 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 sagt man das hier drauf Dankschön A so eine Suchtkrippel ist der Klinik das war gut das sieht doch mal episch aus oder ich krippel mich mal kurz davor Clemens Gell noch ein bisschen direkt direkt an Amun und mit der Angelegenheit mit Doppel-M zu klären die Schreiber Verlangen so schafft schon 1900 Loll egal ich bleib weiter auf Länen 1000 1 oder soll Speck gehen und ich habe einen großen Penis was die B ist aber ich glaube es sei es Prozent eine Klappe er kann mal der Klappe in Alex der Becker kauf mir so ein Ries damit wir die noch mehr zerfüsten hä so ich hab gedacht da war gerade nur Ulti ey Clemens Ultimiter Ultimiter ja Ultimiter triffst du den? jawohl ah knapp schade eigentlich schade hast du mal gekriegt also nicht du aber ja es ist passt schon passt schon was hast du denn jetzt geholt oh ey die kommen jetzt noch am Tank vorbei und an mir 151 Adela guck ich hab gesagt nach 10 Minuten hätte ich schon 150 und nachdem in dem einen Game hast du erst 20 oder was ne 20 ne da konntest du dir erst nach 15 Minuten Schuhe leisten Standart Standart okay na gut am Tank kommst du schon noch vorbei weil es nur fette Lebens- und Lauf und mannere genere genere sagst du mal genere generation auch bei ja von deinem Champion Spotlight die Kommunikation Kommunikationen die sind da wäbt es richtig rein und da kriegt man auch und durch die gefräßige Hüter kriegt man eine sehr gute Lebensgeneration das sieht sich sehr gut aus das klingt so scheiße Clemens zu hörst jetzt da war eine sehr gute Lebens- Regeneration Alter die haben bis jetzt noch gar nichts gefarmt Alter Clemens der Lebensraub fehlt dir noch ein bisschen und der kritische Treffer der Lebensraub kommt jetzt erst ja der kritische Treffer fehlt dir noch ein bisschen weeeee und die Lebensgenerener generation Standart wie ist die Clemens irgendwie überhaupt nicht interessiert ich tanke ich tanke ich tanke weiter wuuh achso ja ne gut dann woaa woaa boah vielleicht kommt Amumu vielleicht kommt Amumu ich weiß nicht ich geh mal kurz zurück zurück was hat der für Probleme meine ich hab den Bluster so so helft man hat die gleich ihre Ultra rüber warte ich bin da ist Amumu oben ne chill chill ich geh trotzdem mal lieber weg da kann ich mich schon wieder ein bisschen was kaufen ok jetzt hab ich wieder fetten ich komm runter ich komm runter ich komm runter ich komm noch ein bisschen bis ich mir dieses kleine ey wisst ihr noch es gab doch damals für 435 Gold noch dieses andere Lebensreger Regenerationsbändchen wisst ihr noch weißt du noch Schröder du stierst alles Schröder wir stan doch ahaha oh Gott sei ein feld nein genau da hat sie sich bewegt geh weg, geh, geh, geh weg, geh er wolle sein weg, 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 weg ich muss überleben ja ich kann auch nicht dafür doch du kannst auch dafür wo ist die alte stirb schlappe weg 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 ich wollte heute ein Schwarz und Null gewählten Mann er ist die noch zu nur die Spiele und der einzigste diese Chance noch ausnutzen kann und kennen er hat sie ihn aber der alle Fett bei dem wird das so wie so er leute Leute was ist eigentlich das sei der Berg ist eigentlich alles da es ist eigentlich was ist das ist der Alistair ist das ist eine Kuh oder sind es ist das Bulle ach so ein Bulle also eines wieso Bison Bulle ist eine männliche Rast wenn ich hab die Sonne hatte wenn ich es hat wenn ich er hatte wenn ich war und er hat es lieft ist der Vater von Twitch die Idee der Sohn von Twitch hat Twitch ausgepresst und heute ist der Spiel von der AP Amo Mutscher Tänk Amo zu spielen nicht für der AP Tänk Amo ist am besten als Mann Rülias geht immer ja denn Rülias kaufe ich mir auch immer vielmals küsst sie mir sein weil ich werde mir dann erstmal Mahner kaufen das sind aber gar nichts zu fressen irgendwie zu kaufen Blutwürste am Start Leute am Start was bei der am Start gar nichts doch ein Lebenshauptteil dann bei den Schien des Berks der Sekt ich bin auch in der Klinge Leute ich bin da die Kader die Wurzimmer das Sie mal Zerperchen los ist dann weiter 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 kommt nicht an jetzt gleich Tauer über das Amund Scheiße der kann ich auch weg weg ja nein das steht allein ich habe welche Zeit wieder wenn ich so klar dass wir die okay okay dann geht die GZ der noch Tor den Taukling macht doch doch die weitergeleiter Klopfer stimmt so gut kann ich auch denken musste auch gar nicht das ist erst mal sehr guter gespielt ist erst mal das mit dem von der Leger Prozent es ist so dass er mit dem überhaupt nicht gekriegt der 4 aber auch auf Fakt da kommt die noch die Tätigkeit ich bin zu laut ich will erst mal weg sagen ich kann nicht ganz lang ich will es nicht nur sagen es wird richtig Brüllen haltet sie mir vom Leib versuche ich ich habe nicht genug war und dann ich bin die Schnelle so jetzt habe ich damit haltet sie mir vom Leib Dankeschön dann können heute Respekt nicht immer noch zu null ich stehe zu 1 aber trotzdem gealter 6 gilt man 6 gilt ich habe 3 1 Prozent mit 5 das erste Mal gut ja wir haben ja ich liebe ihn nur sie dann wenn er auch nicht gibt sie meinten aber muss die Porta hast du besser Warnert der Helder nur als kurz dieser Last im Publikum ja und aber wenn ich jemand mit dieser Klinge trefft er kriegst wieder das Geil ist halt ich muss niemand mein Bluboff ab dem Welt hat Energie und kennengelernt und der Schwerbauten sowieso nicht der Ehe ist offen ich brauche einen Wendernbrotischen in der Welt mit dem Wochenende ich werde das ist ja nicht mehr so schlimm und immer auf sein Alex oder Elas das hier warten was erwarten kommt nämlich jetzt so nach gut tut es kein Gegner ist die sieben älter die finalrunden wird jetzt draußen wo auch weg 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 nein es wird zwei du krippel scheiße weiter 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 das mehr dank schön geile Sache geile Sache nur durch meine passiv von diesen komischen kronen ding klingelt nur durch diese passiv dann das gleich mit europäischen weil das war jetzt schon so viel schaden so viel angst das tempos gibt es nicht 200 der mit mit dem mit diesem mit dem den runen zurückkehren zu schätzen geilen er beträgt er er schloss aber trotzdem hat auch zu sehen vielleicht gibt es ja was anderes ist es hätte ab externa kommt ein mini kleiner Bolzen raus das passt überhaupt ja deswegen er könnte auch aufgeben natürlich oder ich habe ich habe einen Platz für die Arne was hat das wurde ich gestoppt wenn du dich raus aufpassen jawohl der stehlt wieder alles was man stehlen kann oh fuck chillt Leute chillt der ist allein der Suchtgruppe aber gut okay ich hab's bieter bekommen von mir meiner Passiv von dem Alten ich weiß diese Krone da ja auch weiß es wie die Heiz von ein bisschen mit meiner gerne renegeration Klemel Siegert mit richtigen Schuhen ja passt passt schon da kommt ein weiter die sich durch sieben natürlich haben die voruntergestellter er hat kein Form gekriegt hat keine Kills gekriegt die ist voll am Arsch die hat 0 0 3 1 8 selbst jetzt sagen müsste ich eigentlich trotzdem der Wusterstufe 9 alter und konnte sie auch eine Träne der Göttin Bobby kommt er mir alles nach dieser Gegner gewährt kein Angriffs-Tabu während seiner Abklingzeit ja das lohnt sich schnell das lohnt sich kauft ihr meines Erachtens nach kauft ihr am liebsten so ein äh wie heißt der Bobby da ein C4 oder diese ähm Blade äh Klinge des gestürzten Königs oder fang also meinst du halt nach Phantomtänzer ist das beste für dich weil dann auch noch übelst krit ist aber kauft ihr ein Phantomtänzer Clemens ja ich fang jetzt an Phantomtänzer ja da hab ich halt jetzt rekursiv Bogen einfach zu führen sonst passt schon hab ich halt jetzt noch mehr an Christian Poche 30 Worte ein paar ein Tier an Ort war Kritik ist das macht zwar nicht wirklich schaden dieses ganze aber das kritisiert halt übelst und dann kriegst du noch viel mehr Portenblieben was ist denn geblieben in den Namen achten wir seit den Porten auch so kommen wir uns Timo so ein kleiner Lugwerk kann man machen ich komme von hinten geh auf 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 ihn jetzt warte warte ich bin er wird getroffen getroffen Dankeschön die ULTS hat gebracht ist ja schon klar doch doch auch schon ich habe mich nicht alle sechs wie ich alle was soll jetzt wollen der Lauer okay hafette er lasst werden machen oder ja auch mehr ich habe es mal bei dir er klebt mit so du kannst dann auch durch durch mit dem phantom tenter durch die einheiten durchlaufen ist es neu ja das klappt es war früher nicht weiß was heißt du kannst du sagen durchlaufen ist ja egal ich habe nicht mal gebraucht ich auch nicht eine mitte mitte wählen ja ja nur gegen wen oder in wäden fack also ein nun das ist echt nur gekratzt gewesen weil da wie die alle auf mich gehen du willst ja auch wenn es nicht und so ich nicht hatte ich es klingelst geben dann macht auch die macht diesen blitz die macht noch chance auf kritische treffer und angriffstempo er lauftempo was was egal die statics deutsch er nähe würde ich nicht empfehlen weil er macht weniger angriffste weniger kräft nur mehr auf kein adi er macht auch keine adi er hätte von dem fenster auch nicht aber der macht phantom dann hol ich mir am besten klinge des gestürzten königstern hohe jetzt kommt rulleskostteilzentrum oder 203 ad und 1,37 angriffs biet ich kann damit weiß noch nicht die war sagen kann es einfach durchlaufen naja meistens heil wenn es geile ist und ich bin zu den zwei oberten die sind echt ein geiles team alter komm auf die drauf drauf ich habe meine ulti scheiße doch gesagt drauf wieso geht ihr weiter nicht mit drauf um um sagt noch sie drauf gehen die jungen da jetzt nicht mehr jetzt habe ich meine ulti nicht mehr ich bin grad nicht da auch noch aufpassen kann man es gefährlich und über die ja da das ding irgendwas passiert wo ich gerade auf dem klöchen war er frisst schon schaden um 16 also in einer Minute habe ich meine ulti wieder ich denke gerade immer noch ein tower er kommt am uo das war so klar trotzdem gut job tower 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 clemens double kill geile sache schon wieder schon wieder ich hoffe erstmal ruhen soll weg hier ist es verdammt denn das wäre mein kill gewesen warum wäre das jetzt dein kill gewesen weil ich draufgeroht habe schon mal das haben wir oder zauber fällt wie sie sind es damit ist dann mein kohle hochhundert den Mann am Ende und die Bruch zum Schluss zwei hundert so treten doch etwa sie treten so weiter doch so wie hättet es in der Welt und stürzt ich habe gedacht der Ritter noch die ganze Zeit Leute 270 270 270 und 1,4 Angriffstempo eh Speed also das Lauftempo dein Lauftempo ist auch übelst fett ja schon mal noch C4 dann aber erstmal ein Ding was kaufst du dir jetzt KDO gell? also da kriegst du dann so extrem ey ach so du willst es an ja ja du ich wenn ich rankommen würde ja ja das Tempo äh Lauftempo war immer ganz geil ich spiele Hikarem immer mit 470 Lauftempo ja da kriegt er auch noch mehr Schaden das ist ja das ist halt bei Hikarem drauf ach scheiße ich dachte ich treffe das könnte eine Falle sein gell? ja aber wir sind zu dritt ey alter ich hab mein Masterstunk du kamst von hinten drauf da sollte nicht so viel passieren oh weiter der kommt der kommt der kommt nicht ach scheiße weiter 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 aufpassen aufpassen jolo oh scheiße das war meine alte wieder mir wieder steilt ich hab einfach nur Support bekommen das wollte ich auch ja und steht man noch zu null geil und steht hier 2 2 ja schade schade ja den hatte Klingens mit das ist nicht egal Ultima hat er mich die Klinge auf Nuss Schleuder und Werf und Schleuder immer mit der Welt machen gehen ich finde ich in den Scheißdruck jetzt danach muss ich nämlich erst beißen ich finde ich in Tau allein Leute wuuhu ihr macht zu dritt ist zu zweitem Tauers machen allein oh weg 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 nix dann weg doch weg mein nach dem Markt geht auf den Nexus meine Fresse ja gut wegen euch wegen euch endet das Spiel jetzt für mich zu null weil ihr zu blöd seid den Nexus zu finishen oh halt die Fresse Alter wir sind auf den Nexus gegangen Alex weil es zu sagen ja ich habe es gesehen ja ich bin drauf gegangen und du willst mir alles machen du bist deine ganze Zeit rumgelaufen du Krüppel im Ernstchen ich bin draufgegangen ich habe versucht die anderen davon wegzuhalten ich bin so unnötige mann 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 fahrer jetzt beginnt die Provokation von Clemens jetzt 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 rastet aus jetzt gibt es hier scheiße ins Gesicht ne lass mal das heißt er schreit vom Schröder importiert aus Guben nachs Guben Geile Stadt ey, Guben, voll ausgedacht grad eben Hörtschingen dran wie Scheiß Kleber, setz auf Ich hol mir mal KDU, geil, ey, unten Timo, unten Timo, den müssen wir jetzt mal klein kriegen Der wird mit Timo, der spielt auch die Timo So, jetzt hab ich den Suchtkrippel, äh den Suchtkrippel, ich mein jetzt hab ich das Runenballwerk auf Ende Alter, geh doch runter Alex! Ich hab mein Runenballwerk, chill Ja und jetzt mach der unten Tower Warum, weil du zu blöd was zu finishen Warum, weil du zu dumm was runter zu gehen Weil du zu blöd was zu finishen Ich wollt's finishen, aber was machst du? Jetzt kommt Amumu und läuft den komplett falschen Weg Oh, der macht, der macht die Mama, komm, 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 jetzt KS ich erstmal, Scheiße Eigentlich wollte ich KS Ich hab mehr Blutrausch als der Ich hab jetzt schon wieder Voll life, äh, 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 äh Standard, ey, tracken Ja, das ist auch ein Runenballwerk, oder was? Ne, Kauf, oh, geil Ne, der hat gefinished ersetzt Der hat einfach durchgepuscht Ja, Gott Ja, wir sind auch dumme Machen, woche unten rum Soll der Amumu halt, ja Ne, ne, ne Oh mein Gott, mit der Frau bei Rumut haben wir gespielt Ja, Gott, voll da Fuckin' gut Ja, aber